Hallo liebe Trail-Freunde, mit unserem Geltrailer H2 GTX haben wir ein funktionales und wasserdichtes Einstiegsmodell auf einem sehr attraktiven Preisniveau. Im Rückfußbereich befindet sich ein großes Gelelement, welches die Aufprallkräfte optimal dämpft. Seine EVA-Mittelsohle sorgt für eine funktionale Dämpfung und das Trusted Element stützt den Mittelfuß in der Standphase im Übergang zur Abdruckphase. Für trail-typische Eigenschaften sorgt die Außensohle. Sie ist für ein schnelles Bergauf- und Bergablaufen konzipiert und durch seine spezielle Struktur bietet es dem Läufer guten Halt bei jedem Schritt. Sein neues Schaft-Design sorgt mit sehr leichten Materialien für eine Gewichtsreduzierung und mit den Schlaufen im Schnürsystem bekommt der Fuß seine gewünschte Stabilität. Komplettiert wird dieser Schuh durch seine Guretex XCR-Membran, die atmungsaktiv und wasserdicht ist. Und wer sich auch bei schlechtem Wetter raustraut, ist mit diesem Schuh gut bedient. SoundBody